also die einladung bitte ich will er da noch nicht moment so doch mal rein na ja egal auf geht's so also ex extra modus und dann schneefrei ja alles gut ich habe komplette anfänger ob das lustig den punkte musst du eigentlich mit viel geschwindigkeit an der seite bringen wenn er die seite über die bande bringen ist dann ist der mal fällt der sehr oft immer rein das ist eigentlich genauso wie der pop modus bei kölfe fans ich finde den super ich finde den ich cool den modus am besten rechts oder links an die bande bringen mit viel geschwindigkeit dann könnte der reinfall weil er dann ziemlich viel von oben fällt ich war schon als er heute war wer kommt hat und jetzt verweilt das verweilt ist voll alles geschaffen abgewirkt ja sehr gut das muss diese flieger hin hat er immer mitgenommen auf was bringt der mich hier rein könnte du sagen nein der hat mir schon weggenommen ich habe ihn über die seite gebracht ich bringe mit ein bisschen power den habe ich einfach nicht erwerben können weil er über das vorgegangen ist ja ja ich musste den normalen tippen weil der gegner noch was dran war deswegen war hat er kommt wieder runter bei uns oh sorry wie schlimm ich hab ihn der kommt der versor bei den nein arm schade na über mich drüber scheiße ja da wurde ich glaube ich habe meinen eigenen mann weg gerannt ja ich hab den nicht erwischt ich wollte von meinem mann gestoppt ich wollte den hier mitnehmen und bin dann ziemlich vorbei ja ich wurde nach oben geschubst na dann kommt der zu lahmmaschig rückfahren man merkt aber dass hier ganz andere taktiken gefahren werden ganz anders der kommt jetzt bei dem versor oben aber baby hat's gemacht schön das meine ich du musst den einfach wirklich von oben runter fallen lassen wird dir sowas von scheiße gefährlich so wie das bei denen jetzt passiert ist ich hatte glück gehabt dass er den ich doch selber eingeholt hat sehr schnell machen dann haben wir ihn reingedrückt ich habe mir jetzt auch den season's pack bekommen ich auch mal einen neuen sachen okay aber daraufhin was ich da habe ich mir gekauft weil das so schön schön aufgepasst ich musste mich da ein bisschen vorbeidrücken an dem der heute mich da vorbeidrücken ich übernehme ich übernehme ich übernehme alles gut was mir auffällt man kriegt hier definitiv weniger boost ja ok weil dann müssen wir auch so rumschlittert ne schützt ich habe ein tor ich habe den voll sorry das war meiner ich wollte nicht aber die andere wollte eigentlich von der sollte mit raus nehmen aber ich habe ihn schon von meinem gespielt aber schon länger ja ich habe den letztens versendlich mal augen getestet weil ich drauf gekriegt habe ich bin letztens in einer truppe gelandet die hat gar nichts drauf die hatte betteln die mich anschließt du siehst du war richtig nervig die kommentare die hat er da zu kriegen ich scheiße der hat er mir noch weggepflückt ich wollte da nicht reindrücken ich dachte ich bin dran vorbeigefahren schön der weg ist frei das war der letzte nach dem spiel mal ganz kurz mal ins menü dann zurück ja ok ich wusste nur das wollte ich machen ich wollte zerstören damit für dich die bahn frei ist 22 da ich hatte vergessen den stream anzumachen deswegen ok hast du doch gleich noch zeitlich im menü sondern im dienst da haben sie spiele ich habe ich auch bereit drücke dann hast du genug zeit ok jetzt haben sie nach gegen mich naja sind damit hat auch sehr schön sie hat doch probiert ja 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 ich hab dir nicht verstanden habe ich halt nicht vergessen reingemacht habe jetzt schön weit weggeblieben ich habe da noch so ein ratschlag an der seite 3 2 kommt das ist die regelwende ja warte mal das kann der stelle gehen das spiel das kann der kommt wieder von uns sowieso zum tor ja sehr schön schön irgendwie trieb über schnell runter kommen weil was was soll der britische das ist so schnell ich komme ich nicht hin und ich glaube ich habe noch nie ein spiel zu zwei vorlagen aber ich komme noch nicht so wie rein ich das möchte aber schön das war meine aber keine frage ich habe wohl zwei in der war aber okay ja wahrscheinlich hat er den wie selber noch reingehauen ich glaube dass der selber auch noch reingemacht hat ne ok egal wieder noch das tor gemacht das geht zumindest mal besser los als unsere letzte aufgabe da haben wir ja gar sechs oder sieben stück verloren mal kurz stream an naja auch lieber okay ich habe aufkleben dass das weg und kann das sein keine ahnung doch das ansehen das ist weg jetzt ist auch ganz schlimm oder alles gut ich sehe es nur gerade ich bin noch an muss zehn spieler und dann wissen wir wieder an aussieht so jetzt läuft hier kann man glaube ich nicht einfach neue runde oder ist auch verlassen in 5 4 3 2 1 jetzt erst mal ein neues spiel ich kann sein dass wir neue spiel suchen müssen ja ausgeflogen hat gott sei dank gott sei dank die us-wahl ist gerade durch beiden ist der neue präsident gerade die ergebnisse rein ja ich glaube noch nicht dass das durch ist doch das andere noch ja aber da wird bestimmt jetzt noch irgendwas machen ja es ist durch aber wir wollen von den punkten her und wenn ich ehrlich bin bin ich tatsächlich auch froh dass der trump ist nicht mehr ist meiner meinung nach aber der wird definitiv noch mal kann das auch irgendwie nur rang den spielen das anderes geht das gibt es bei zwanglos gibt es nur das chaos und standard spiel hier alles gut dann lassen wir es so bei rang muss okay liegt da jetzt gerade dann kann man noch mal ein bisschen spielen die gegner werden auf den fall an klatscht wisst ihr zufällig ist ihr zufällig wo ich diese diese blogs aufmachen kann was der dinge habe ich hier einfach das mal was ich glaube ich habe da geraten in der garage glaube ich oder so irgendwo ich habe ja auch schon geöffnet ich glaube die linge im shop dann aber ich gucke der meiste was ich habe und dann das könnte ich auf ok das reicht mir ich sehe dass aber die also garage kannst du das auto anpassen dann hast du die aufgemacht okay auf geht's deswegen ist es halt wichtig haben wir noch einen anderen zu haben und der eine ist glaube ich drüber weggesprungen hier vorbeigefahren ja der war keine ahnung ist das glaube ich schon die ganze ist hinten beim anstoß ja das ist bei den dingen gar nicht mal so schlecht die kommt zurück über mich drüber scheiße ja sorry ich hatte und ich hatte ganz die da hat er also gespielt er war nicht schwer er hat ihn schon noch eingedrückt ich habe gedacht er kommt ein bisschen flacher rein ich habe nicht gedacht dass er noch mal hoch geht das ist ja so kann er der ist ziemlich unberechenbar ja unberechenbar genau das wollte ich jetzt sagen und sitzen ich konnte jetzt was ich war das ist eigentlich so zu bringen jetzt hast du ja das hast du gut gemacht ja da hat er meine tor vorbeigebracht und dann habe ich explodiert von dem 1 ist so dann vorbei gut wir wollen sich selber das vorweg nehmen und ich bin eigentlich recht ich glaube ich auch hier noch überkriegen kann es ist ja ein ball ja nehm ich gestört ich weiß nicht so das war gerade vorhaben So, der geht doch mal vor's Tor bei denen, aber dann hat der eine. Mist, verpasst. Hm, schade. Aber wenigstens ihnen ausgebremst. Boah. Alter. Ja, das ist nicht schlecht, was die da ist. Sie können es irgendwie noch verteidigen. So, jetzt geht der vor's Tor. Leck mich doch. Hat der den schon noch gehabt. Aha. Sehr geil. So, so macht man was. Ich weiß nicht warum, aber da fing ihn nämlich irgendwie an. Achtung, der kommt wieder zurück. Weg ist er. Ah, der hat einen, der ein bisschen aufpasst da hinten immer. Der Grüne von denen, der passt ein bisschen auf. Die braucht nicht so wirklich da vorne. Pass auf. Genau. Sorry, Markus. Ja, sehr geil gespielt. In meiner Vorlage. Ja, war es gut gespielt. Gut, dass er der mal angehoben hat, so konnte er der nämlich nicht mehr ran. So schön vor der Hase reingedrückt noch. 3-1. Man kann aber auf jeden Fall sagen, für uns läuft es im Puck-Modus besser als im normalen. Wir haben noch immerhin 2 Minuten 20. Lass das Spiel erstmal zu Ende spielen. Ich habe solche Dinge auch schon rausgehauen. Da dachte ich mir, okay, das gewinnt so locker und dann am Ende verlierst du das Ding noch. Ja, Kürz. Hau rein, die Scheiße. Ja, warte mal. Ach, ich bin auch schon vorbeigefalt. Scheiße. Ja, wir haben einen Torschuss. 4-1, sehr geil. Ja gut, du musst auch bedenken, es sind 2 Mann weniger auf dem Feld, ne? Ja. Du hast nicht mehr das 4 gegen 4, du hast jetzt noch 3 gegen 3. Aber genau deswegen bleib ich immer ein bisschen weiter hinten, damit bei solchen Sachen noch einer da ist. Ja, es ist halt wichtig, damit die halt angesetzt werden. So haben sie das erste Tor kassiert. Leit. Huch. Ah, das ist nicht wahr. Dein eine nehme ich noch mit. Warte. Ja, schön. Nein, schade. Ich dachte, ich kriege die was drüber gelöffelt. So. Ich nehme mich schon noch mit. Ach, das ist nicht wahr. Also schlecht sind die Jungs definitiv nicht. Das muss ich mal sagen. Wir haben ein paar gute Dinger, die wir sehr gut verteidigen. Dann kriegt er wahrscheinlich, ja. Schade. Schade, schade, schade. Schade, schade. Ich bin gut aufgepasst. Wir haben ja auch mit. Ja. Ja, der Mist. Hey, konnte ich nichts machen. Er hat ja gut gespielt. nach der runde sind wir erst mal wieder mit der folge durch ich will ja mal zwei runden verfolgen ich habe etwas falsches verstanden so dass ich wie unwichtig ist nicht richtig sehr gut ja der geht vorbei ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn jetzt will ich aber komplett auf der decke den wartet der haben ich habe keinen bus gehabt schade müsst ihr dann den ring der hat den anpfosten der den bekommen also der gegner fosten ja der ist von mir an fast geschossen wurde richtig gesprungen ja ich weiß sehr gut aber trotzdem zweiter sieg zwei von zehn spiele noch achte sondern kommen wir kennen uns mal ins menü kann man machen ich habe ich habe ich wollte ja mal kurz noch wechseln okay nicht so weiter im tuch muss können wir machen